Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Don't Starve und wir starven gerade immer noch in Zocker an die... Und es wird schon eine LP, die auch gerade am Zocker ist und es wird gerade dunkel und mein Gott. Scheiße, hier sind noch Samen. Du blöder Vogel, geh weg. Nimm die Samen. Und du die... Wir sterben. Hier drüben. Wir haben nichts zu essen und ich habe das blöde Fleisch roh gegessen, weil ich doof bin. Alter, bist du doof. Schnell, ich esse jetzt einfach irgendwas. Och man, ich bin gleich tot. Ich habe mir... Ach. Was hast du denn jetzt gemacht? Weiß es nicht. Seems like a better day idea? Ich verhungere gerade, ich habe nichts zu essen. Ich habe auch kein Essen. Willst du mir jetzt sagen, dass das jetzt nach dem zweiten Part werden wir jetzt schon versagen oder was? Also ich bin... Ich verhungere gerade. Mein doofes Handy hier. Ich bin gerade etwas abgelenkt. So. Ich habe nichts zu essen. Ich habe gar nichts. Ich habe auch gar nichts. Scheiße. Doch, ich habe einmal noch Seeds. Ja, toll. Wie ich mir das vor dir gerade reingezogen habe. Ich habe auch noch einmal Seeds. Äh, warte. Ich habe nichts zu essen mehr. Scheiße. Können wir nicht den Raben hier töten? Schomb, komm. Hier, die lassen Seeds fallen. Hier liegt noch mal Seeds an. Die nehmen sie dir. Nimm sie dir schnell. Hast du noch Zeug für einen Campfire? Ja, ich hoffe es. Ich habe mir gerade auszusehen, was gebastelt, was ich gar nicht... Ich habe jetzt so eine komische Wende. Geil. Da kann ich eine Base bauen. Naja, so ein Haus oder so. So eine, wenn du so eine Klötze gemacht hast, ja? Na, ich habe irgendwie hier einfach geguckt und habe gerade irgendwo... Und jetzt kann ich auf jeden Fall eine hohe Wand bauen. Ich glaube, das heißt einfach nur, wir müssen das einfach nur einmal benutzen, weil da war auch ein Dings drauf. Also auch... Andi, mach Feuer. Ja, ja, hättest du mich doch nicht. Ich hättest du. Ich mach Feuer. Wie, du kannst nicht... Du kannst nicht. Ich habe kein... Ich habe kein Gras. Warte, ich habe... Ich habe Gras. Ich lasse fallen. Nein, du bist tot. Du bist tot, Andi. Bist du das? Nein, ich laufe doch hier rum, Mensch. Andi, leuchte mir. Nein. Bist du auch tot? Bin auch tot. Everyone else is dead. Okay, Leute, wir haben das gesehen. Wir sind super cool. Ja, wir haben das natürlich mit Absicht gemacht, damit ihr seht, was passiert, wenn man stirbt. So, jetzt machen wir erstmal Reset. Ich resette mal unseren... Reset ist... Sterber. Alter, nein. Das tut mir echt, das tut uns eigentlich nicht leid. Nö. Macht ja Spaß. Und um was anderes geht es in dem Spiel eh nicht. Nö. Ja, mal sehen, ob was jetzt beim Zettbessern bekommt. Ich nehme jetzt mal jemand anderen. Echt? Soll ich mal die psychopathische Blonde nehmen? Die psychopathische Blonde? Soll ich dich... Immune to Fire Damage. Es ist Sweetlighter. Lights, Fire, Sven, Nervous. Die scheint auch gut zu sein. Haunted by a twin sister. Comfortable with darkness. Das ist ein Hit very hard. Not a picky eater. Charged by lightning damage. Bei water. Kein Upgrade with Gears. Maaann. Vor allen Dingen... Vor allen Dingen... Ähm... Meine ist... Weiß viele Dinge. Publiziert selbst Bücher. Und kann nicht schlafen. Und hasst Spoilage. Also ich nehme an, das ist sowas wie Spoiler, oder? Also hasst, wenn irgendjemand was sagt. Also ich bin wieder im Spiel. Ich warte jetzt... Wir warten jetzt... Wilson kriegt voll den coolen Bart. Ich weiß, deswegen habe ich ihn ja wieder genommen. Gut, dann nehme ich jetzt meine auch wieder. Wieder? Die hat uns doch nichts gebracht. Na und? Aber deiner doch auch nicht. Das stimmt. Aha. Ach ja, wir sollten... Ich brauche jetzt erstmal... Also ich sammle jetzt erstmal Beeren. Jetzt reicht's. Beeren. Holz. Stein. Holz. Noch mehr Holz. So. Und ich leg das scheiß Handy jetzt weg. Es tut mir sehr, sehr leid. Sorry. So, jetzt so. Stein. Du sammelst hier schon wieder die ganzen... Blümchen. Ich will einen Blumenkranz. Wahrscheinlich bin ich deswegen gestorben. Weil du mir die Blumen weggekrallt hast. So, dann hole ich mir jetzt hier oben mein eigenes Zeug, ey. Schop, 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 schop. Oh, hier ist ganz viel Flint. Yeah. Dann nimm es mit. Und Karotten und Beeren. Oh, yes. Aber wir müssen allen Scheiß einfach einstecken, den wir sehen. Ich habe gerade ein Schmetterling gehauen. Guck schon mal. Ey, wir müssen unbedingt auf Mist achten, ne? Vielleicht hätten wir bei diesen Schweinemenschen... Keine Menschen, die müssen sie nicht mal... Groß. So ein bisschen Gras nimm ich mit. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit dem Biom zu tun. Oh, Biom? Sind wir jetzt in Minecraft? Na, wieso? Ist doch so. Ich meine, hier ist jetzt nur Gras. Ja, ich weiß. Ich bin jetzt hier oben schon ein bisschen bei so einem Feuer... Äh, ne, bei so einem Wald-Dingens. Ja, okay. Du bist beim Wald. Ich sammle Gras. Super. Ich bin auch schon wieder bei irgendwelchen... So. Das Gras wächst nach, sagt sie gerade. Ha, wie schön. Das Gras. Willkommen hier. Das Gras. Ach ja, das Gras. Letztes war auch noch voll getrennt. Auch nicht schlecht. Ja, weil wir es können, ne? Wir machen jetzt hier Survive on your own. Klammern Teamwork ist für Pussys. Teamwork wird überbewertet. Genau. Oh, Teamwork braucht kein Mensch. Ja, hat man ja gesehen, was uns das gebracht hat. Wir sind beide verhungert. Ja, weil du so schlecht warst. Nein. Was? Nein. Ich mache jetzt Chop, 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 Chop. Aber wir könnten auch irgendwie machen. Einer rennt mit Axt rum und sammelt halt alles, was mit Holz so zu tun hat. Und der andere ist halt so der Stein. Der hat eine Spitzhacke und so. Ich komme gerade gleich mit Essen nach Hause, nur damit du es weißt. Ja, wir haben noch nicht mal ein Zuhause, nur damit du es weißt. Ja, toll. Oh, Sim, das ist ja wohl das Mindeste, was ich verlangen kann, dass du Essen mitbringst, wenn du schon den ganzen Tag dich rumtreibst. Was? Die dreht schon wieder durch. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das Niveau liegt auch schon wieder irgendwo. Äh, ich habe gerade, ich habe gerade ein Schmetterling getötet. Du Mörder... Ich habe gerade ein Schmetterling getötet. So, ähm, ich glaube, ich sollte mich langsam auf den Weg... Wir sollten uns auf den Weg machen, uns zu treffen. Treffen ist doch völlig überbewertet. Wozu gibt es Internet? Wo bist du? Ich wollte gerade einen Vogel schlachten, aber der wollte sich nicht schlachten lassen. Ich glaube, ich habe echt gut Essen mitgebracht. Echt? You can be my hero, baby. Ich habe sieben Karotten. Wow. Äh, vier Beeren. Ich habe sechs Karotten, eine Beere, vier so eine Petals, wo ich nicht weiß, was es sein soll. Andi, wo bist du? Ich, warte mal, ich gucke mal, wo du bist. Ich sehe dich gar nicht. Äh, heißer. Ich komme wieder nach unten. Ja, ich komme auch gerade nach unten gelaufen. Geißer! Hast du genug Zeug... Oh, hier sind noch Beeren, hier sind noch Beeren. Hast du genug Zeug, um dir theoretisch selber ein Feuer zu machen? Ja, darum ist es eine Spinne. Bist du ja in diesem Grasland, dieses Dunkle? Nee, ich bin im Wald. Ich gehe jetzt... Wenn du vom Portal direkt nach oben läufst. Okay, warte, dann bleib mal am Portal. Lass am Portal treffen, dann finde ich es wieder. Wo ist hier das Portal? Nee, da unten ist nur so ein Strudel. Und das ist doch der... Da kommt eine Spinne! Hilfe, Hilfe! Weg, 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 weg. Komm, ich bin an der Nähe vom Wasser. Okay, ich komme zu dir. Ich probiere zu dir zu kommen. Und ich sammle noch ein paar Beeren ein auf dem Weg. Ich bin jetzt in irgendeinem Dreckland. Ja, ich bin beim Portal. Ich bin beim Portal. Ich bin beim Portal. Ich sehe dich. Ich sehe dich auch. Wieso bist du da? Hallo. Hi. Oh Gott. Oh Gott. Und jetzt? Soll ich ein Feuer machen? Ja. Aber noch nicht. Ja. Ich choppe hier auch noch den Baum weg. Wir haben alle panisch, während sobald es dunkel wird... Stimmt doch gar nicht. Niemand ist in Panik! Fensterklon, Katze miaut. Verfallt jetzt bitte nicht. Ali, wie war das? Albenes Zauberstab, Gefuchtel und kindische Hexerei wird es hier nicht geben. Was? Das wird es hier nicht geben? Ich bin im falschen Kurs. Ah! Tsch! Miau! Miau! Oh Gott, das ist so schlimm. Oh, das ist so geil. Samen! August. Was? Bitte? Sagen Sie mal, junger Mann, was reden Sie denn? Ich sammle ganz viel Zeug, ich hab ganz viel Essen im Winter. Lass mich in Ruhe. Boah. Guck mal, weil ich im letzten Part so ein Ding... Hartleine hatte ich hier, mach dir so ein Teil. Oh, ja, Blumen! Tja! Oh, guck! Oh Gott. Weil ich sehe aber trotzdem mal so assi guckt, so wie... Quatsch mich nicht an. Quatsch mich nicht an. Mhm. Was machst du da? Pflanzt du Bäume wieder an? Ja. Du bist ja so cool. Naja, wieso, wenn man es kann? Das kannst du mit diesen Pinecone machen, also... Mach ein Feuer schnell! Ja, ich mach ein Feuer schnell. Äh, noch schneller! Was macht die denn? Hä, ist die blöd? Ich kann das nicht machen, Andi! Ich glaub, es ist schon zu dunkel. Aua, irgendwas hat mich gebissen, als sie... Ernsthaft, ich sterbe. Ich bin tot. Andi! Ja, toll! Oh, guck mal, da oben die Gestalt! Ich könnte ein Herz gebrauchen. Ja, toll! Ja, ich fleddere meinen Leichnam, echt. Und toll, was machen wir jetzt? Ähm, ich begleite dich, äh, als Geist. Die Ghost-Nachricht von Sam! Es gibt hier so ein komisches Geblubber. Na, er sagt... Was kannst du machen? Es gibt ja so ein... Ding. Na, vor allen Dingen, er sagt ja die ganze Zeit, Miss Fortuna could use a heart. Vielleicht, wenn du mir, wenn du ein Tier tötest und mir das Herz dann gibst oder so, dann lebe ich wieder. Kannst du dich nicht wieder beleben? Wie soll ich mich denn wieder beleben, bitte? Und dem du dich ausloggst und wieder einloggst. Oh, das ist doch blöd. Ich kann mich auch ausloggen und wieder einloggen. Und durch deine Anwesenheit verliere ich den Verstand. Echt? Dann gehe ich weg. Mach's gut. Ich gehe in die Dunkelheit. Och, Mann. Mr. Tuna hat schon wieder versaut. Halt die Klappe, ich habe gar nicht versaut. So, hier, vielleicht kann ich ja durch das Tor wieder zurückgelangen. Ich will hier raus. Ich bin ein Geist. Lasst mich hier raus. Ich überlege auch gerade. Warte mal, wo ist denn dieses komische... Gibt so komisches... Aber da brauche ich erstmal Steine. Mein Herz ist gebrochen. Was? Ach so, war irgendwie in der Nacht. Du bist das doch doof. So war das nicht gedacht. Das Let's Play Together. Du bist mir so eine große Hilfe mit deinem Umgekackten. Aber ich kann Gebiete erkunden. Geht dann, dann... Bewegt dich... Aber Vorsicht, hier um es Spinnendingens. Warte. Lauf da nicht drauf. Du läufst langsamer. Du läufst dann langsamer, weil das ist Spinnenwebe hier. Ich weiß nicht, ob du da festhängst. Oder mach mal. YOLO. YOLO. Wenn einer stirbt, müssen alle sterben. Ja. Töte sie. Komm, töte sie. Töte sie. Komm, greift er sie denn nicht an. Los, töte alle. Alter, bist du... Was? Wir sind ja so eine Profi. Das ist nicht schlimm. Das ist schön. Ich habe einen Tag überlebt. Ich bin so Profi. Ich habe zwei Tage überlebt. Guck mal, hier ist vor allen Dingen ein Teich. Hier können wir Wasser ziehen. Hui. Leer Taste drücken. Hui. Was ist das? Was bringt das? Ich habe keine Ahnung, was das bringt. Du kannst Gegenstände bewegen damit. Die Spinne ist so... Guck mal, ich kann den Baumstamm hier bewegen. Oh, die Schweine. Guck mal hier. Ich kann den Baumstamm bewegen. Vielleicht kann man ja. Und jetzt habe ich ihn angezündet. Was soll denn das? Ich kann Sachen anzünden, Andi. Wieso kannst du sowas? Ich kann sowas nicht. Wow. Alter, was hast du mit dem Baum gemacht? Ach, das ist rumspuken. Dass man die anderen Mitspieler um den Verstand praktisch bringt. Alter, wie geil ist das? Ich will sowas auch können. Lebe. Lebe, habe ich gesagt. Guck mal, ich kann dafür anzünden. Warte. Das geht aber nur. Ne, jetzt. Zünd an. Ist das schlecht. Ist das scheiße, ey. Das macht irgendwie fehlst, das Spiel. Das suchten ja übelst viele. Vor allem, wie du mir als Geist angezeigt wirst. Oh Gott, ein Geist. Du bist selber ein Geist. Halt den Mund. Ach so, Mann, ey. Scheiße. Everyone is dead. Guck mal, 18 Sekunden ist eh reset. Yeah. Ja, aber wir wissen jetzt, was wir als Geist tun können. Nichts. Genau, nichts. Wow, ich habe einen Baum angefackelt. Mann, ich will auch was cooles können. Ja, wieso, du hast doch einen angefackelt. Ah, jetzt. Yeah. Ich will nochmal so ein Baummonster erschaffen. Ja, ich will auch ein Baummonster erschaffen. Mach Baummonster. Mann, Antti, ey, weil du immer sterben musst, sofort, wenn der Part losgeht, ey. Das ist doch nicht dein Ernst. Ja, ja, das ist ja alles nur üble Nachrede, ja. Boah, ich fasst es nicht. Ich nehme jetzt mal jemand anderen. Ach, ich nehme. Wir sagen aber nicht, wen wir nehmen. Sag nicht, wen du nimmst. Ja. So haben wir dem jetzt nicht dasselbe. So, ich habe einen. Yeah. Yeah. Jetzt müssen wir zu einer IP. Guck, was ich für eine komische, dumpfe Tuba-Musik habe. Wieso hast du... Du hast ein Feuerzeug? Ja. Du hast ein Feuerzeug? Ja. Da steht auch, du bist immun gegenüber Feuer. Feuer. Und ich habe Angst vor der Nacht. Bei mir stand in der Beschreibung, ich habe Angst vor der Nacht. Ich nicht. Ich bin auch ein kleines Mädchen. Du, das ist jetzt lustig. Guck mal, hast du bei dir links immer noch die gleichen Anzeigen, die du vorher hattest? Ja. Die volle Liste hat, war deine Liste voll? Wie jetzt? Ja, du hast doch links so eine Anzeige. Sind da Lücken zwischen den Kästchen? Ja. War da vorhin auch Lücken? Ja. Bei der Bibliothekarin waren keine Lücken. Da konnte ich alles machen. Okay. Das ist der Vorteil von ihr, die kann alles craften. Weil die das Wissen hat. Und jetzt habe ich voll die Lücken. Meiner ist doof. Toll. Und meiner... Aber die sind, glaube ich, normal. Also, eigentlich. Meiner ist stärker, wenn er gegessen hat, stand da. Also, werden wir sterben. Wir hätten auch als, ähm... Wie soll ich sagen? Als Ziel für das Let's Play hätten wir auch machen können. Wir spielen mit jedem Charakter. Also, jeder kann jeden Charakter mal wählen. Und wenn alle tot sind, ist das Let's Play vorbei. Na toll, seit wir zu steht. Toll. Dann hätten wir... Dann dauert es nur sechs Folgen. Das Let's Play. Was macht meiner? Warum shoppt sie nicht? Jetzt shoppt sie. So eine Doofe. Die soll mal shoppen. Die soll shoppen, wie sie noch nie im Leben gejobbt hat. Arbeitest du auch, oder? Ach so. Ähm, was? Stimmt ja. Da war ja noch was. Ja, ich shoppe. Shop, 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 shop. Ich glaube, meiner kann mehr tragen. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber das sieht plötzlich mehr aus, da unten in der Leiste, oder? Ich bilde mir das ein. Shop, 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 shop. Vielleicht bilde du dir das ein. Ja, das kann auch sein. Wir werden das niemals herausfinden. Oh mein Gott. Jetzt bilde ich mir schon Sachen ein, ey, wie man hier verunglimpft wird. Das können wir ja mal sagen. Das ist wenigstens ein Let's Play, was wir nicht ein halbes Jahr vor öffentlichem Aufnehmen. Ja, Donnerwetter. Mensch, wer hätte es gedacht, dass wir so eine Schlingel sind. Wenn ihr Tipps habt, wie man nicht ständig krepiert. Wir freuen uns natürlich sehr über Kommentare. Ja. Juhu. Und aufs Fappen, äh, Shoppen, äh. Sage mal. Alter, jetzt benimm dich. Hier gucken doch, meine Erregung zu. Ich töte jetzt einfach nochmal einen Schmetterling. Komm, töte den Schmetterling. Töte den Schmetterling. Töte den Schmetterling. Hallo. Töte den Scheissschmetterling. Komm, wir probieren, den Schmetterling zu hauen. Töte ihn. Oh, guck mal, Blumen. So, töte ihn. Ah, hier ist noch einer. Töten. Yeah. Yeah, alter, du Killer. Da sind Blumen. Oh, du hast den Schmetterling. Eine Karotte. Oh, Bären. Alter, dein Ernst? Wie ich dir einfach alles wegklaue und dann fresse ich alles alleine. Dann wunderst du dich, warum ich ständig sterbe. Äh, ja. Das Lustige ist, dass ich die Erste bin, die stirbt immer. Ja. Chop, 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 chop. Voran sind wir beim ersten Mal gestorben. Äh, ja, wir sind beide verhungert. Ja, stimmt. Da war ja noch was. Oh nein, es wird dunkel. Schon wieder am Anfang. Aber wir haben genug Zeug für Fireplace. Und Product Placement. Hier, guck, kaufen sie jetzt Gras. Oh, ja, Gras. Uh. Chop, 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 chop. Ach nee, die kleinen Bäumchen sollte man vielleicht nicht wegchoppen, ne? Vielleicht. Die wachsen ja noch. Chop, 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 chop. Nein, du sollst choppen und nicht den Zeppling nehmen. Ach, dann nimm doch den Zeppling. Meine Güte, ist das ein blöder Trottel. Chop, 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 chop. Was sagt sie bei den Kränen? I think it's waiting for me to die. Was? A rebirth the color of fire, Yeah, but not a phoenix. Das heißt, der Vogel wartet darauf, dass du stirbst. Sie ist voll der Psycho. So kommst du jetzt, ich würde sie ganz gerne... Wo bist du? Ich bin wieder am Sporn. Okay, am Sporn? Am Sporn, am Portal, am Portal. Am Portal, am Portal. Mit der Portal Gun. Ich hab ne Karotte gefunden. Oh, Wahnsinn. Das ist meine Karotte. Ja, dann behalt sie doch und schieb sie dir sonst wohin, ey. Ich bin nach oben gelaufen. Ja, ganz toll, ich bin am Portal. Ich komm an, niemand ist da. Ich bin nach oben. Warte mal, der guckt, äh... Ach, Mist. Hallo, verrückte Olle. Ach so, da bist du... Oh, du kommst wie so ne Psycho, ey. Mit den Augen aus dem Wald hier rannt und ne Axt in der Hand. Normalerweise würde ich wegrennen. Mushroom is hiding. Mushroom is hiding. What? Äh? Da ist ein Samen. Nee. Hey you, get up there. So, ich glaub, ich sollte jetzt, äh... Oh, das ist gut, dass wir hier sind. Kommst du her? Ja. Was machst du denn? Oh Gott. Oh, ich seh so super duftig aus. Sag mal, brennt hier nicht alles weg, wenn du hier ein Feuer machst? Ich hoffe es nicht. I do not like birds. Oh, ich mag keine Vögel, ey. Nur Vögeln. Was? Oh Gott. A pretty red color bird. So, ich war schon mal so frei und hab jetzt schon mal das Feuer gemacht. Und du bist so großartig, ey. Womit hab ich so viel Fabelhaftigkeit verdient? Eigentlich gar nicht. Was? Alter. Geil. Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Oh, da ist ein Puter. Töte ihn. Andi, töte ihn. Der ist in den Busch hier rein. Vor allem, wie sie sagt, I want more berries. Das ist meins. Finger weg, ist meins. Ja, okay, ich schmeiß es dir hier hin. Da. Ich hab die Arbeit gemacht und du klaust dich. Ja, ja, ich klau dir gar nichts, ey. So eine Scheiße hier, was du hier machst. Scheiße, was mach ich denn da so hier? Weiß ich doch auch nicht. Nein, ich will das nicht. Ach, nein. Jetzt hast du den Baum hier. Ja. Warum pflanze ich da Bäume hin? Das Feuer ist nicht heiß genug. Ja, ich mach schon. Mach, Schlampe. Guck mal, wie der Kreis um uns rum immer größer dann wird. Ach, deine Augen sind so eklig, ey. Ich weiß nicht, was du meinst. Ah, wir müssen... Boah, der Psycho, ey. Vor allem, ich kann ja... Ich zoome mal ran. Das wird mir thumpen, ey. Guck mal, der ist dünn geworden. Meiner ist dünn geworden. Jetzt ist er wieder stark. Alter, wie geil ist das? Ich glaub, der braucht so viel zu fressen, ey. Das gibt's ja gar nicht. Ich hab doch ne Karotte gegessen. Warum... So, das reicht jetzt aber. Mehr futterst du jetzt nicht. So, wollen wir hier mal den Part beenden? Ja. Es sieht ja bis jetzt ganz gut aus. Ja, wow. Wir überleben schon einen ganzen Tag. Mensch. Seit sechs Minuten. Ja. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.